Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Guiding Fires. Jo, und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht hier, ne? Ich denke, das ist ja sowas wie, naja, ein Versteck. Da gibt es Munition, okay. Haben wir hier unten noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus, okay. Erstmal Muni abgegriffen, für dies und jenes. Das hier hat doch bestimmt noch mal irgendwann was zu sagen, oder? Naja, wir schauen mal. Naja, zwei Türen hier, okay. Sehr gut. Okay. Was ist denn da drin für? Was ist das mit diesem Klotz hier auf sich? Forcefield active. Äh, könnt ihr mich jetzt treffen? Oh, shit. Können. Ja, klasse. Oh, shit. Gut, ich hab's aber wohl erledigt. Dann war ich jetzt da oben einmal drunter. Offenbar. So, die Heilung hebe ich mir erstmal wohl nochmal auf, besser. Hier geht wieder die Posts ab, ey. Wo kann man denn da jetzt herkommen? Ich hab irgendein Schutzfeld... ...deaktiviert, ne? Aber wofür? Muss ich hier jetzt irgendwie nochmal zurück irgendwie? Wo kam ich denn überhaupt her? Hahaha. Gefahre. Irgendwie hier durch? Wo? Wer? Was? Wo? Was? Was? Ruhe da. Haha. Los. So, und was gibt's hier jetzt wieder Feines? Die wollen irgendwas... ...mit der Erde anstellen. Wie's aussieht. Na gut. Na gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das wollen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Super. Dann würde ich sagen, mach mal weiter mit The Old Tribes, ne? Ja. Oh, shit. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was kann man damit anstellen? Dahinter verstecken vielleicht. Oh weia. Das könnte ja da was geben hier. Naja. Okay. Super. Den hat's jetzt deaktiviert, ja? Fragt sich nur wie lange, ne? Muss ich hier weiter gucken oder durch die Tür gehen? Hm. Ah, ich kann die Dinger hier ausschalten. Sehr schön. So, was haben wir hier? Ja. Das Teil heilt uns. Ja. Das ist ja so. Und ich werde es ums. Und ich werde es ums. Jemand im Südwesten erleben, die überhaupt diese Überschritte heute Abend erleben. Willkommen, Caller. Du bist auf dem Herd. Hey, Herr Hart. Ich bin sicher, dass ich eine Deputate in Carlos Baden, Mexiko. Das ist genau nahe Roswell. Ja. Um ein paar Stunden nach links. Was ist passiert? Ja. Will. Ich denke, ein einer dieser rösen Lichter, der der Glass-Color hat gesprochen. Ich mag vorher noch mal in die andere Tür reingucken. Das macht ja Sinn, ne? Was gibt es denn hier noch Schönes? Small walk. Oh. Okay. Jawolle. Was habe ich mehr gedacht? Ja. Ja. Schieß mal morgen mehr. Nehmen wir wahre Ruhe. Ich brauche hier mal Ruhe im Buff. Oh nein. 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 Mach die Dinger mal aus hier. Hätte ich vielleicht auch einfach haben können. Weiß nicht. Bist du denn, ey? Was? Dumm. Ja komm. Du warst noch nicht erledigt hier. Ja komm. Du warst noch nicht erledigt hier. Der Glaufe ist nicht hier. So. Feierabend. Oh. Doch, alter. Oh shit. Oh shit. Los. Oh man. Was hier wieder los ist. Gibt's ja gar nicht. Oh shit. Was? Da kann noch einer. Der hat mich so krass gut erwischt. voll am eimer hier super naja doch nö gucken bringt mir das irgendwas? nicht wirklich hm tja wie verfahren wir denn hier? hab keine ahnung dort werde ich jedenfalls gleich erledigt ne? hm irgendwo haben wir ja erstmal noch Heilung liegen lassen ne? da müssen wir ja grad noch rankommen ich dachte ja, da stand grad einer wer ist hier? ok und nicht und hier kamen wir ok das ist ein Level-Design alter Schwede vielleicht muss ich hier weiter hier wird hier auf jeden Fall erstmal schön geheilt oder? muss ich hier nicht verrecken ne? so ist ja schon mal alles schick so wo kommen wir denn hier hin? äh ja andere Baustelle ne? aber gut gibt's aber auch wieder nur Munition ne? ja gut ja gut dann muss ich da wohl irgendwie durch dann muss ich da wohl irgendwie durch mach mal das ja gut wir haben uns ja wieder schön aufgepumpt ne? geht ja alles ja ja Oh shit. Ach so, ab jetzt ist das ja sogar egal, ja? What? Wieso ist das jetzt so? Was soll ich das jetzt? Na ja gut, wir waren ja eigentlich eh schon dort, meine ich. Boah, der hat mich aber erwischt. Na komm, irgendwo ist da noch einer. Da unten. Da ist er hier, ne? Das kann ja was geben hier. Dann bin ich zurück wahrscheinlich. Wieso komm ich hier jetzt nicht mehr durch? Darf ich da rüber oder so? Ja gut, jetzt ist der Wallwalk an. Aber das war noch nicht alles der ganze Kunst hier. Ich komm ja da nicht raus, ne? Hm. Was übersehe ich hier jetzt? Das da. Alles klar. Das da. Alles klar. Ja. Ja. Man könnte doch durchkommen ohne das Ding zu aktivieren und die dann ausmachen, ne? Ja. Na ja. Ja. Schon wieder. Ich geh mir von der Pelle, Mensch. Immer am Rande des Todes mit der Energie. Ja genau. Genau. Äh, ihr fallt jetzt runter, ja? Okay. Ja. Macht ja auch irgendwie Sinn hier. Gut. Gut, gut. Das ist einfach nur mal hier. So. Eine Runde springen. Und drehen. Vorsicht. Falling debris from disposal pipe. Jo. Gut. Und hiermit beende ich diese Folge dann erstmal. Die Zeit ist voll. Bis dahin glänzt wieder High Spray. Macht's gut oder besser!